So, hier ist der Jaro und ich zeige dir jetzt mal ein paar süße Bilder. Hier im Reiter sind überall Menschen. Grillen, essen und machen so weiter. Aber viel süßer sind die kleinen Gänse. Das ist nicht süß. Das ist nicht süß. Und dann sind alle welche, guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins putzt sich noch. Schnell wieder zur Familie. Da kommt noch welche dazu. Die sind sozusagen Nachzügler. Ist das nicht süß? Guck mal, da kommen jetzt auch noch welche aus dem Moor raus gewartet. Sie suchen das rettende, harte Boden und haben es geschafft. Jetzt kommen sie schnell wieder an Land. Zack. So. Das war es erstmal von der Reiterhöhe von Monte Klamot. Heute hier Gänsemarsch. Und mein Fahrrad ist natürlich auch da. Ja, also. Schöne Grüße von Monte Klamot. Tschüss. Tschüss. Tschüss.